BAM! KABUUT! Hallihallo liebe Leute, wir sind wieder bei dem nächsten Part von... Sniper Elite... Oh, was zum Anker... 5000 DPI Stimmt irgendwas nicht, aber egal, sorry Leute Und ich muss mich leider entschuldigen dass ich so lange nicht gespielt hab, ich war einfach in letzter Zeit nicht in der Lage und deswegen hab ich nicht gespielt und wir müssen die Officers immer noch finden und es lenkt gerade komischerweise, aber wir hören uns mal die Officer Ist ja die Aufgabe hier nicht Kann ich denn da lang Kann ich irgendwie durchs Wasser? Oh, was zum Anker Wollen wir sprinten? Ne, kann ich nicht durchs Wasser Muss hier innen rum Ähm... Hier Da hör ich doch einen, oder war das grad ne... Jaja, ich hör da einen So, hab mich halt komischerweise gekickt, aber es geht weiter Da ist einer Den hol ich mir erstmal, wuuu! Goodbye, Motherfucker Ja Jesus Christ Äh... Da muss ich erstmal aufpassen, weil jetzt hier rechts bin ich eigentlich Bemerkt hat, oder? Ich muss mich ja relocaten immer wieder, das war ja Oh... Ach, da kann ja keiner kommen So, so, mach ich warte! Ey! All clear Okay Wo reden die Typen denn immer? Wo reden die Typen denn immer? Da drüben, kann ich da nicht... Kann ich das mal rauslehnen? Ging doch irgendwie, oder? Ah doch, geht! So... Ne, da wollen wir nicht hin Ach du Scheiße, kommt der Typ da an, was steht wie so ein verrückter Fuck, dieses Ding ist kein Long Range Bäm! So, gehen wir erstmal wieder zurück Fuck Fuck, 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 fuck Da... Is... Keiner Fuck, da hinten sind wir hier Oh, ich wollte doch den... Die Leiche da Z-Research-Cops, das war's Ich kann was erkennen, und zwar dich da hinten Jopp! Und dich haben wir schön weggesnatcht Juhuhu! Aber jetzt muss ich mich gleich wieder verwegen, oder? Wenn er hier ist, bringt's hier Oh, Relocation successful, schön! Ich warte darauf, bis... Der da kommt Und dann werde ich ihn mit meinem Vailrot ins Gesicht schießen Okay Okay Ja... Scheiße Geh ich da nicht Er ist in der Nähe, ich spür's Nein! Nein! Fuck my life Was, Y oder was? Shit, ja, ich musste noch einen Ah ja, so, okay Alter Schwede, hab ich grad Scheiße gebaut, war das schlecht Oh mein Gott, Leute Soll ich einer Frambo machen? Nee, erstmal kann ich jetzt hier doch mein, wie kann ich so mal öffnen, das Rad, genau so Bandage F So Das haben wir Ähm Was fähre ich denn aus? Eine Granate Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich am besten mache Hm Ich weiß noch nicht, ob die noch da hinten stehen Ich steh noch da hinten, das hör ich doch Da kommt er, da kommt er, da kommt er, den hab ich mir Habe ich, schön Ich weiß nicht, ob ich wirklich im Cover bin, aber ich warte da hinten Da hinten war Ich glaub, das wär einer gewesen, Shit Okay, das ist keiner Kann ich da irgendwie, okay, 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 okay Ich gehe mal, schleiche mir mal ein bisschen weiter vor, ich muss ja irgendwie weiterkommen hier Hm, das ist jetzt Scheiße Wie komme ich jetzt am besten weiter? Da haben wir Feuer Feuer, 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 ja ich lau einfach mal durch Da hinten ist der, hinten ist der Typ schon, vielleicht kann ich den irgendwie von hier Schon sehen, eventuell Muss ich den töten? Wenn ja, dann Fuck my life Oh mein Gott, war das schlecht Oh man Lol, ich hab aber zwei Zwei Leute mit einem Schuss getötet, aber die falschen Das war doch richtig schlecht Geh wieder rein Da unten war einer, den hab ich jetzt gesehen und der wollte mich echt nutzen Direkt hier links ist doch einer, oder? Heilige Scheiße, ich treff auch gar nichts mehr Leute, das ist der Wahnsinn hier Boah, da raste ich aus So, wir relocaten erstmal wieder, die Position Okay, hier hinten, hier hinten können wir uns erstmal verstecken und nachladen So, dann holen wir uns gleich Wenn ich unter 80 Beats per Minute wieder bin, hol ich sie mir da oben wieder Stimmt doch einer, oder? Weiß ich nicht genau Ich muss erstmal da hinten den Typ durchsuchen Bevor ich irgendwas mach Muss ich den Typ durchsuchen, da muss ich erstmal schauen, dass ich hier die Leute kaputt mache, die hier noch Die da hinten, genau Na, gehen wir mal ein bisschen näher hin So, den soll ich so fest? Was hat der da, weiß ich Ah, Velro-Bot-Munition Okay Jetzt müsste doch ein Schuss beziehen, oder? Sag mal, Leiflein ist er nicht Das ist doch scheiße Ah, scheiße Fallen So Ja, ja Is doing the round swing Okay, okay, okay Noch ein Officer muss eliminiert werden Hab ich überhaupt fallen? Was sind hier fallen? Ich hab Flint and Steel Rock Medicate-Banagement-Landmine Trap Mine Ja, ne, ich hab keine Okay Ah, okay Ich mach's von der Seite irgendwie Da hab ich vorhin schon alle kaputt gemacht Da kann ich gerade von der Seite rein Hatte wieder Sprinte plötzlich Wie eine Ratte Geht ihr einfach los hier, der Typ Da oben haben wir einen gesehen Den hab ich schon gleich Da oben ist noch einer Den hab ich mir als erstes Juhu Ins Gesicht, du Lappen Heilige Scheiß hat's den erwischt Aber richtig krass In Cover Ich bin in Cover Was hat das für'n Ton, Alter Ich re-lo-kiere, re-lo- Re-lo- Irgendeine Spur von dem Schützen? Nein, natürlich nicht Weil ich ein Sniper bin, Leute Von mir geht's keine Spur Wo soll den hier? Geh, der ich mal hier ab Damit er mir nicht auf den Sack geht Der Typ Jetzt sneak ich mich da mal hoch Sneaky peaky Hau ich mich da Gibt's hier irgendwas zum mitnehmen? Naja, ist eigentlich ungeschickt Was ich hier mach's solo Als Sniper läuft man normalerweise Nicht in solchen Positionen lang Wo man alles sehen kann So, ein kleiner Sprint Tut dir gut, Freunde Okay Da oben Ich hole mal ein paar Mal in Variable aus Obwohl hier eigentlich Ich den schon getötet habe Falls ihr noch einer sein Sollte Kann ich den immer noch Du holt sie eben dann Ja, ja, ja Nein, ja, 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 ja. Ja, 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 ja Jetzt probiere ich doch mal was. Da war auch noch einer. Jawoll! Scheiße. Oh mein Gott. Von wegen, Relocate. Wenn ich hier bin, bist du tot, Freund Nase. So einfach ist die Devise. Jetzt wissen sie aber, dass ich hier bin. Jetzt muss ich abhauen. Ich dich auch. Äh, ich renne. Completing search. Oh. Okay, er meinst du viel auspacken. Wieder auf Sneaky Peaky Mission gehen. Das war jetzt ein bisschen auffällig, was ich hier gemacht habe. Ich habe ein bisschen zu viel, äh, ein bisschen zu viel Dinge gebraucht, ein bisschen zu viel Stress gemacht hier. Ähm, mit der Granate war eigentlich keine gute Idee. Hätte ich eigentlich silent ausschalten können, den Team. Ah, mein Gott. Bevor er mir abhaut, der Typ. Oh, lol. Warum gab es da keine Killcam? Egal. Ist da noch irgendeiner? Sollte da keiner reden hören, oder? Der Typ ist dahinter. Schade. Wäre da sein können, dass ich die Frau und Wände durchschießen kann. So, dann laufen wir mal wieder dahinter. Dann kann man wieder auf die richtige Position gehen. Hier sollte doch keiner mehr stehen, oder? Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier noch einer steht. Und schau jetzt mal, wie weit ich hier vordringen kann. Der Suchscheinwerfer muss gehen, haben wir gehört. Ich weiß natürlich nicht, wie der... Ich wollte einfach mal schießen, aber... Da war irgendwas im Weg. Was auch immer da im Weg war... Ist jetzt nicht mehr im Weg. Woo! Schön. Warum ist der Suchscheinwerfer nicht kaputt? Scheiß drauf. Der ist mir egal. Die Person hinten drin ist kaputt. Von dem her ist es mir egal. Ok. Wellbrot auspacken und wir weiter da gehen. Alter, ist ja Blutüberspritzer Typ. Ok. Hier sind wir rüber gejumpt. Dann sneaky peeken wir uns jetzt mal langsam dahin. Boah. Der ist ja ewig weit weg, der Typ. Den Suchscheinwerfer das Abel mal von oben. Da springe ich dann rüber. Ich habe keine Lust in mir irgendwie... ...die Füße zu brechen, wenn ich unten lang laufe. Oder entdeckt zu werden. Gar entdeckt zu werden! Oh ne, ernsthaft. Ich bin jetzt echt so ein Ding ausgepackt. BATS! Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ok. Desable, wie denn? Ich habe das doch desable, oder? In dem Fall desable war es wohl anders. Die wollten so, dass es anders desable wird. Also desable ich es anders. So einfach ist es. Ähm... Kuh? Mit Endstil. Und jetzt hauen wir hier ab, weil... Jetzt machst du da oben gleich einen richtigen Knall. Also würde ich am liebsten nicht nebendran stehen. Und hier sollte reichen, oder? Ja, ja, bestimmt. Wie ist das Lauch? Wie ist das Lauch? Bäm! Kabut! Kabude! Kabude habe ich dich gemacht. Auf jeden Fall, liebe Leute. Mache ich hier eine kleine Pause. Wir sehen uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Ciao. Peace out. Auf Wiedersehen. Wahnsinn! Wollt!